Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, danke. Ach, hier ist ganz neugierig. Das würde ich sein. Ja. Ja, hätte ich es machen. Oh, boah, bitte nicht. Nee, ich glaube, das sieht echt scheiße aus. Ein paar Mal von der Nacht. Ja, die darf man mal ganz einfach mitkappeln. Scheiße. Noch mal was Neues. Ja, dann prüfen oder rückwünschen. Oder eine Pocke. Pocke? Dann könnte ich ihn auch weiterhin Pocke nennen. Ja, das ist Pocke. Gibt es auch eine Pocke? Ja. Du hast überlegt, ob du mich noch mal abrücken kannst. Nein, nein, nein. Das finde ich noch ein bisschen breiter. Das liegt doch nur in ihr. Oder das finde ich ganz hoch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir sehen uns gerade, dass wir hier vorstellt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob wir hier vorstellt. Das ist gut. 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 Also, das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank. Was sagst du? Scheiße. Was sagst du? 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 Was sagst du?